Die Datenmenge ist ein Maß für die Menge von Daten. Die Grundeinheit der Datenmenge ist das Bit. Daten dienen dem Speichern und Übertragen von Informationen, wobei zu beachten ist, dass der Informationsgehalt einer Nachricht nicht gleich der Datenmenge ist. Auch wenn in diesem Zusammenhang häufig das Wort Information verwendet wird, wenn Daten gemeint sind. Der Informationsgehalt kann im Gegensatz zur Datenmenge nicht unmittelbar abgelesen werden und es gibt verschiedene Ansätze, ihn zu bestimmen. Die Datenmenge, die in einer Datei gespeichert ist, wird als Dateigröße bezeichnet. Bei Datenträgern wird die Datenmenge zur Angabe des freien und des maximal speicherbaren Datenvolumens verwendet. Die Datenmenge, die benötigt wird, um eine gegebene Information zu speichern, hängt einerseits von der Komplexität der Information und andererseits vom Codierungsverfahren ab. Für umfangreiche Datenmengen gibt es Kompressionsverfahren, die die Menge der Daten reduzieren, aber die gleiche Information speichern. Dabei wird ein geeignetes Codierungsverfahren verwendet, um den Informationsgehalt der einzelnen Zeichen zu erhöhen bzw. Entropie der Nachricht zu verringern. Daten müssen nicht unbedingt explizit als Bits codiert oder in einem Computer gespeichert sein. Daten sind überall in der Natur und unserer Alltags weit. Die größten Datenmengen stecken in unserem Gehirn, in unseren Bibliotheken, Büchern, Filmen, Bildern und Computern, im Erbgut und den Molekülstrukturen der belebten Natur, in den Gesetzen der unbelebten und belebten Natur, in der Struktur des gesamten Universums und die maximal denkbare Information in der Geschichte des gesamten Weltraums, weitere Einheiten. Neben dem Bit ist die gängigste Einheit für die Datenmenge des Bytes, das aus 8 Bits besteht. Das hat historische Gründe. Viele Geräte waren so ausgelegt, dass sie 8 Bits gleichzeitig bearbeiten konnten. 8 Bits wurden also von der Verarbeitungseinheit als eine Zahl angesehen. Des Weiteren werden Buchstaben von den meisten Zeichensätzen, insbesondere von ISO 8859, als ein Byte dargestellt. In der Geschichte der Computer gab es auch Systeme, die nur 5 Bits zu einem Byte zusammenfassten, und es gab auch Systeme, die 13 Bits zu einem Byte zusammenfassten. Zur Bezeichnung größerer Datenmengen werden die Einheitszeichen Bit für Bit und B für Byte mit den gängigen Vorsätzen für Maßeinheiten versehen. Also Kilos, Mega, Giga, Terra und so weiter. Für auf zweier Potenzen basierende Datenmengen, wie sie beispielsweise in Halbleiterspeichern auftreten, gibt es spezielle Binärpräfixe. Beispiele für Datenmengen Bit, ein Bit, zum Beispiel 0 oder 1, beziehungsweise, falsch oder wahr. 5 Bits, zum Beispiel, kann damit der Großbuchstabenvorrat des lateinischen Alphabets abgebildet werden. 7 Bits, zum Beispiel ein Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz. 2 Nible, also 1 Oktet. Byte oder Octet, 1 Oktet, zum Beispiel ein Zeichen aus der ANSI-Kodierung. 2 Oktet. 4 Oktet, zum Beispiel ein Schriftzeichen im UTF-32-Format. Griechische und italienische Vorsätze für Maßeinheiten werden üblicherweise Bits und Bytes vorangestellt. Im Folgenden werden die SI-Präfixe in ihrer dezimalen Bedeutung verwendet. In der IT-Praxis werden für Datenmengen die SI-Präfixe meist als Binärpräfixe verwendet. Die Akzeptanz der dafür vorgesehenen IEC-Binärpräfixe ist in der IT-Branche gering. Auch mit den normalen Namen wird normalerweise die 1024 Bytes Umrechnung impliziert. Kibibyte üblicherweise wird jedoch KB zur Unterscheidung von KB geschrieben, weil es geläufiger ist. Circa 1 bis 2 KB eine Normseite als Text. Circa 5 KB eine A4-Schreibmaschinenseite mit 63 Zeilen zu je 80 Zeichen. Circa 79 KB. Totaler Speicherplatz des Navigations-Computers der Mondlandefähre von Apollo 11 1969. Eine High-Density-3,5-Sol-Diskette. Maybebyte circa 4 MB. Die Bibel als Text. Circa also circa 737,25 MB. Eine konventionelle 7-0-0-Daten-CD-ROM. Gbbyte circa also circa 4,7 GB. Eine DVD-Plus- oder Minus-R circa 5 GB. Ein komprimierter Spielfilm in DVD-Qualität. Tbbyte eine Datenbank, die 10 Milliarden Menschen mit Datensätzen von je 1 KB Größe erfasst, braucht 10 TB Speicher. Pbbyte die Speicherkapazitäten der weltweit größten Rechenzentren lagen Ende 2002 zwischen 1 Pb und 10 Pb. Im Jahr 1986 war die effektive Kapazität der Weltinformationen durch Telekommunikationsnetze auszutauschen, 281 Pb. Xpbyte die Gesamtheit aller gedruckten Werke wird auf 0,2 eb geschätzt. Die effektive Kapazität der Weltinformationen durch Telekommunikationsnetze auszutauschen, war 65 Exabyte im Jahr 2007. Und die globale technologische Kapazität, Informationen zu speichern, betrug geschätzte 295 Exabyte im Jahr 2007. Cbbyte die weltweite technische Kapazität, Informationen über Broadcast- und Rundfunknetzwerke zu senden, betrug im Jahr 2007 geschätzte 1. 9 Zettabyte, dies ist das informationale Äquivalent von 175 Tageszeitungen pro Kopf für 2007. Jobybyte 1yb sind etwa so viel Byte wie Atome in 1,67 Gramm Wasserstoff, entsprechend H2, vorhanden sind. Jobyte 2yb sind etwa so viel Byte wie Atome in 1,67 Gramm Wasserstoff, entsprechend H2, vorhanden sind.